Das Schicksal hat sie füreinander bestimmt. Die schönste und mutigste Prinzessin, die die Welt je sah. Und den liebsten und tapfersten König, der je ein Volk regierte. Doch bevor das Schicksal sich erfüllt, muss das Gute das Böse besiegen. Ein Liebesmärchen von Planeten Phantasia erzählt an acht Tagen. Prinzessin Phantageron, los geht's am ersten und zweiten Weihnachtstag in Sat.1. Endlich ist es soweit. Heiligabend. Weihnachten in Sat.1. Am ersten Feiertag mit unserem Herzensbrecher Kai Pflaume. Der moderne Weihnachtsmann fährt nicht mehr Schlitten, er fährt Bus. Und wenn Sie wissen wollen, warum wir 48 Stunden Tag und Nacht bei Wind und Wetter mit dem Bus quer durch Deutschland gefahren sind, dann schalten Sie ein. Am ersten Weihnachtstag, Montag, 19 Uhr. Nur die Liebe zählt. Natürlich nur in Sat.1. Ach, jetzt reicht's mir langsam, wird wirklich Zeit für einen Tapetenwechsel. Guck mal, wer da spricht. Jetzt im praktischen Zweierpack. Action. Spannung. Und jede Menge Erziehungstipps. Lass ihn einfach raus, ganz vorsichtig. Ich warte hier auf dein Böbikoppel. Ich will dein Böbikoppel. Leute, ihr seid hier. Seht euch meinen Film an. Am Montag, guck mal, wer da spricht. 2. Um 20 Uhr. Nur in Sat.1. Weihnachtsmänner sind irgendwie alle gleich. Wieso? Einer wie keiner. Die große Weihnachtsüberraschung mit Fritz Egner. Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 20 Uhr. Nur in Sat.1. Haben Sie gut gegessen? Jetzt ist endgültig Schluss mit lustig. Scheinnehmen. Dienstag. 5 vor 11. In Sat.1. FX Tödliche Tricks. Heute 22.10 Uhr in Sat.1. Die Hollywood-Star-Parade. Tom Hanks. Demi Moore. Timothy Dalton. Brooke Shields. Christopher Reeve. Und das... Ist ihr Gastgeber. Geschichten aus der Gruft. Heute, kurz nach Mitternacht. In Sat.1. Nur Weihnachten in Sat.1.